Die Diagnose Krebs wirft viele Fragen auf. Vielleicht sind Sie ängstlich, haben Fragen und wissen nicht, wie es für Sie oder Ihre Familie weitergehen soll. Herzlich willkommen bei Leben mit Krebs Marburg e.V. Durch langjährige Erfahrungen mit Krebspatienten haben wir eine besondere Sensibilität für Ihre Lebenssituationen. Gemeinsam mit anderen Krebspatienten und Angehörigen können Sie an einem unserer vielen Kurse teilnehmen. Finden Sie aktiv neuen Lebensmut bei Nordic Walking oder besuchen Sie einen unserer Entspannungskurse. Unser Projekt Lichtblick unterstützt Sie in der Zeit der Therapie. Wir begleiten Sie und Ihre Familie durch den Alltag und stehen helfend an Ihrer Seite. Bei den Löwenmut Kids bekommt Ihr Kind Unterstützung, um besser mit der Krankheit eines Elternteils zurechtzukommen. Der Kontakt mit ebenfalls betroffenen Kindern schafft neuen Mut. Melden Sie sich bei uns. Wir sind für Sie da.